Besser geht es gerade nicht mit der Kameraeinstellung. So sieht es aus hier in New York in der Nähe vom Times Square. Hier kannst du Fahrräder mieten. Ist das nicht toll? Mit so einem Spider-Männchen hier. Das ist schon klasse hier. Dann ist schon was los hier. Ja, hier ist schon Betrieb hier. Alter Schwede. Auf jeden Fall zeigt dir hier so meine Mission zu erfüllen. Autogramm kannst du kriegen auf der Fresse. Was willst du? Ein Autogramm? Ich sehe mal was da los ist. Irgendwie hat der sich eingeschissen heute der Spider-Man. Aber ist ja egal. Oh, eine neue Zeitung. So, dann wollte ich nicht in den Urlaub fahren. Dann machen wir das eben wieder virtuell. Nein, ich habe keine Stifte mehr. Ist ja fantastisch, Junge. Ein Selfie kostet ja. Zwischen nur Augen, Junge. Ich habe schon Blut. Wow. Tut mir leid. Was macht euch da alle Angst hier? Hey, dreh dich noch da. Was ist das? Du siehst, die hat mal fotografiert, die Furze. Kipp dir das mal an, Junge. Der hat mal drauf, was? Der Spider-Man. Was für eine Aussicht, ne? Alter Schwede, Junge. Mitten in New York. In Manhattan. Alterchen, hier ist ja nicht jemand los, du. Na, so ungefähr. Kippa, ich glaube, das ist das Kreisler-Building da hinten. Da kann ich auch aufklettern, wenn ich möchte. Hm, ja, ja. Können wir da ein Foto machen, oder was? Warte mal. Können wir da nicht ein Foto machen? Natürlich. Eine Sehenswürdigkeit fotografieren. Jetzt habe ich gründerte Erfahrungspunkte gekriegt. Drei von 16 Sehenswürdigkeiten in diesem Distrikt. Naja. So, okay. Das warte erst mal. Ja. Schon. Das ist für Leute, die nicht schwindelfrei sind, ne? Oh! Oh, yes. Ob der euch erschreckt war. Ja. Gib mal was Schwere. Kann ich machen. Pass auf. Was schwere Themen. Ja. Jetzt mal kriegst du das Ding über den Schädel gezogen, die Hüllidecke. So, jetzt weg auf hier. Ja, alles klar. Ja. Das war ja mit dem anderen Winther. Ja.